Rühmlicher Tod Kennt ihr alle die Geschichte von Johannes Ilzebiel, dessen Leben war zunichte, als er im Duelle fiel? Halle hieß die Bildungsstätte, sein Beruf war Medizin, ohne dass er jemals hätte wirklich sich bemüht darin. Seine Eltern waren Bauern mit Vermögen, Gott sei Dank. Jeder muß sie heut' bedauern, weil der Sohn das Geld vertrank. Als aus Kasten und aus Kisten nirgends mehr kein Kreuzer fiel, fing die Not, sich einzunisten, an bei Johann Ilzebiel. Und es kam bei ihm zu Tage, dass er nicht die Arbeit kennt. Dieses stand auch außer Frage, denn er war ein Chorstudent. Soll er selbst den Rest sich geben? Nein, nur das Proletentum drückt sich schweigend aus dem Leben, er begehrte anderen Ruhm. Als zu sterben er entschlossen, schlug er jeden auf das Ohr. Zwei hat er selbst erschossen, erst der dritte kam zuvor. Zwei hat er sich so, als er sich in der Ruhm. Die Frau hat er sich in der Ruhm.